Wolltest du auch nehmen? Ja, nehm ich ob jetzt auf. Egal. Dein Kaufwahn, wenn du sie nicht draufkommst. Alter, also. Normalkaufen, alles. Videobeschreibung, passel. Kick dir jetzt an den. Die muss ich alle proben. Was machst du gerade, Mike? Ja, ich habe ihn und die Erfahrt. Achso, ich dachte jetzt mal zwei Minuten gehabt. So, warum in der Warte? Ja, das Schneidwerk steht immer noch an im Shop. Äh, gleich. Äh, gleich. Äh, gleich. Äh, gleich. Ja, ganz. Äh, gleich. und das schneidwerk kann sie wie ein feld 3 oder so hinschmeißen irgendwie ja wenn es hin oder ist mir auch egal habe ich ich sehe 3 aber ich alt der mittendrinne ja mann du hast gesagt irgendwie du hast gesagt wie ich muss mir mal die händemaschine holen die andere oder sehe ich das falsch die die maschine brauchst du aber nicht weit weg stellen die hände wenn du fertig bist ja na mit wie war es jetzt bei feld 6 mache ich nur noch feld 5 dann kannst du dann feld 5 genau kannst du dann ab 5 stehen lassen weil dann fang ich nicht bei feld 1 an ja weil die andere ist ja unten in den neuen feldern beschäftigt ich kaufe ja doch eines morgens ich glaube 800.000 habe ich noch ne ne die äh die sehmaschine ist nicht fertig was soll ich ich muss nur feld 6 hier ein bisschen ausbessern und dann feld 5 und dann bin ja hier fertig ne ich würde aber mal zwischendurch mal ja die tiere machen wollen weil wir sagen halt nur also bis jetzt halt nur die schafft sauber zu machen bei mir jetzt komplett alles leer bei mir nicht ne ne nur Mais wie Mais ist leer? ja aber gleich ja nicht leicht ja ja und nicht mal wasser glaub ich oder? ne aber versteht nicht ich hab's halt drauf ja die fressen mal in den waschen Kartoffeln die passen bestimmt ne ja allä bam bam ja 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 für mich versucht haben anzuprobten hier ist es mir sagen ich hab mir erst mal wundert und nicht eingespeichert habe mir aber erzählt nicht Basti warte mal ich rate mal einfach Britta? vielleicht wollt ihr aber auch Basti die anrufen vom Britta aus ne ne, ich hab da zurückgerufen und hab sie nicht ranhären und hab sie wieder zurückgerufen und das war nicht reingangt was wollte sie? ob wir kurz Zeit haben oder wieder helfen du bist ein Fall aber ne, ich meinst voll cool so eine große Ecke wieder passen dreimal der Mitrecher rein ja finde ich gut und stell dir vor davon hatte ich mal so einen Hänger davon ein paar Stück ja kann man machen muss ja bald ins Bett vermeiden muss ja bald wieder zur Arbeit, was? hat der Maulmann das sind schöne 14 Tage was ist einfach so wie meine Arbeitskollegen die sind auch erst halb 8 gekommen und durften auch früher gehen ja, wenn sie eh abschließen, warum wollen sie sollen sie länger machen? ne, die schließen ja nicht ab der Meister bleibt ja er darf ja nicht früher gehen er muss ja so wie immer machen aber ich habe auch nur erfahren, weil ich dem vorhin schon Feierabend gewünscht habe und dann weiter so, Feierabend ist gut der muss wie immer bleiben was ist denn du gerade? ich frage die Erntemaschine von Feld 4 auf Feld 3 was? was du dann? denn setze ich mich in mein LKW und sammel Stroh ein okay, da gucke ich gleich alleine wieso, was willst du denn? ich will mal wissen, wie viel in das Heuhaus ist und in das Solagehaus wo ist denn das jetzt schon wieder? da wo das Futter gemacht wird ich so ganz doof bin ich jetzt ja auch nicht mehr und wo ist das Solagehaus? na, daneben also dasselbe Haus nein natürlich über das Förderband, na klar nein nein doch das Heuhaus ist das Backstein das rote Backsteinhaus der anderen Seite ist das Erzwandelnhof und das Solagehaus ist zwischen Hühner und Kühe wir haben Hühner? wir haben Hühner wir haben Hühner ja ich wollte es zum ersten Mal ab da findest du auch eben Duggelt aha ja war schön von 100 ja brauche ich nicht ist ein Erfolg von dem Spiel hier ja egal ich suche 100 Nuggets hab die gelitten oder was? das ruckert schon wieder wie Schweine da ach ne Entschuldigung zwischen die Schweine und Kühe pfff naja ist doch fast das gleiche ne oh da hängt ein Helfer im Baum ist das normal? ja meiner nicht ne ist meiner ja ist ja normal bei dir ein das das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Zur Not fahre ich zurück, kipp es wieder aus und nehme den anderen LKW. So, kann man warm. Krank? Ja, bitte. Silke. Was? Silke. Warum? Pickup. Ja. 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 achten arzt der Welt zum Schiff und nie über den Kurschen hat dabei auch so ist er in den Weg hätte er dauert jetzt er wollte nicht mit dem Pick-up ich erscheine hey war der falsche was falsche ja schon richtig aber ich dachte du wolltest hier jetzt ranfahren nein hier an die wollte ich ranfahren du hast doch gesagt 34 oder nicht ja ja komm herr hier da war rander weiter schon ja machst du mal guckst du mal gleich Dinkel hatte ich jetzt drauf gemacht, ne? Dinkel, Hafer. Fällig? Ja, hab ich da gerade gesagt, danke. Ja, Dinkel hatte ich so drauf gehabt, bitte. Was los? Aus? 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 Was soll ich gucken? Hafer. So, was macht mir halt nimm einen Spaß auf Fäll 5? Ah, da kannst du gleich wo du mal herkommst. Fäll 5? Ja. Oder was meinst du jetzt? Naja, mit dem Pickup. So viel filmen. So. Was? Was? Mama! 6. wo willst du denn hin? Na, Feld 5 Ja, na, guck doch mal, wo du hinfährst Feld 5 Du bist schon Am Feld 5 Was? Ich bin auch auf Feld 5 Ja, aber auf der Telekarte sah das aus, ob du vorbeifährst Ach, du hast keine Ahnung, hast du nicht Alter, dein Helfer fällt ja auch ganz komisch hier Ja, Mann, das fängt ja auch alleine gerade Haha, hättest du da andere Seite rückwärts ranfahren müssen Was hat denn auch wohl? Oh, Mann, auf, 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 auf Auf, auf Kann man hier irgendwo durchfahren, Mann? Das ist ja auch ganz komisch hier Ich bin auch, Mann, das ist ja auch ganz komisch hier Ich bin auch ganz komisch hier Was ist jetzt? 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 Was ist? Was ist jetzt? 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 So alle Erdmaschinen sind jetzt wieder frei ja? Hahahaha haben und maximal zwei er der grafs passiert nicht in der gröder die karte großmache steht da mitten auf dem feld die karte großmache ist 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 Ich weiß. Falls dich interessiert. Ich weiß, hab ich gesagt. Ja, bleibt doch mein ganz softe Kollege, Alter. Alter, ich hab ganz normal gesagt, ich weiß. Alter. Weiß. Weiß. Eigentlich könnte man ja auch meist mal komplett voll machen und... ...eine Tiere geben und... ...misch wird da auch weitermachen. Ja, Mais ist doch bei mir drin. Weiß. Nee, Mais. Ich weiß. Nee, Mais muss da rein. Ich weiß. 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 Das ist ein Flugscheißer-Rot. Nö. ... 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 Vielen Dank. 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 So, jetzt mache ich den Obersammler noch einmal voll, denn reicht das dreimal. Obersammler voll reicht. Oh. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.